Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Darf ich Sie recht, darf ich Sie im Eilbacher-Kreis begrüßen. Unser besonderer Ausgelt, um die Gäste verteidigen, zu den DRN Anhängern, ebenso begrüßen möchte ich, wie wir die heutige Schießerrichterin Jasmin Gaulacher und der Schießerrichtergruppe Einheit. Jasmin Gaulacher, fällst du uns wieder abein? Das ist äh, soll ich da gleich schön. Im Mittag kommt unter der Herr mit 14 Jahren oder mit Titte? Nein, die Gäulchen, die Schießerrichter. Ja, ich kann ich sagen, nein, das wird eine Katastrophe, aber nein, wenn du so willst, dann machen wir so. Kommt mir, du. Bevor wir nun zur Mannschaftsaufstellung kommen, noch einige Infos in eigener Sache. Und so wird der Herr Marco veranstaltet am Samstag ein Spantagessen, zu dem wir Sie recht herzlich einladen möchten. Der war der Marco, der Karkofer! Der grillt, der passt ja, der macht alles! Ha! Das ist der beste Wirt, den der SC seit Jahren hat. Da komm ich nach dem Stieg rein, da ist da der Stiefel-Wirtmannschaft da. Der macht sein leckeres Essen, da können die Spieler singen. Das ist ein Wirt, na, das ist ein Traum! Aber das ist der Clutch! So, dann kommen wir mal zur Mannschaftsaufstellung des FC Heineken im Tour mit der Nummer 1. Gianna Lando, die Nummer 2 hat Alexander Züdeck, die Nummer 15 trägt Thomas Tegorius, die Nummer 4 Dominik Garcia, die Nummer 5, die Nummer 5 hat Daniel Geiger, die 7 hat Davor Kabelitsch, die Nummer 13 mit ihm, Bevici, die Nummer 3 Giovanni Bunyan, die Nummer 10 Alexander Garcia und die Nummer 11 hat Mark Herder. Auf der Bank hat Platz genommen, Socey König, Mettez Bär, Christian Aleko, Pamus Wiggin, Valentin Letje, das ist jedes Mal und der Benjamin Brich. So, und nun kommen wir her zur Mannschaftsaufstellung des FC Heineken und hier nun die Mannschaftsaufstellung des FC Heineken. Unser Trainer Adria Spiele schickt folgende Anfangsformation aufs Feld, der Sprech ist Andi, der hat sich eine Anfangsformation aufs Feld. Als Weltstar, der mir als Verein meine Gedanke gemacht hat. Der Sprech ist Andi, das ist mir vor 20 Jahren, denn die Gegner, ich sollte genießen, den Eichlobbel. Aber ich muss nicht gegen das Sprech ist Andi spielen. Der hat aufs Feldslauf, der hat aufs Feldslauf, was bei Sprech auf dem Bein ist. Und hat sich der Mannschaftsaufstellung, der, der hat sich in der Bock zum Gürtler gemacht. Aber ich sage nichts, ich bin ja bloß der Fan. So, liebe Gäste, liebe Zuschauer, die Mannschaftsaufstellung des FC Heisling. Im Tor, Mittelmein, Dimo. Schöpfel! Die Nummer 2, Heiko. Mülleister! Die Nummer 3, hat Felix. Später! Die Nummer 15, Toni. Der Lucia! Die Nummer 5, Betty. Gott, 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 Gott! Die Nummer 6, hat David. Der Otti! No, no, no! Die Nummer 7, nein! Nein, schlimm war's, Pony! Heute mit der Nummer 8, Michael Schweizer! Die Nummer 10, die Nummer 10, hat Gewinn. Die Nummer 7, die Nummer 7, hat Gewinn. Die Nummer 8, Petro. Delucia! Auf die Bank am Platz gelogen, Jacho. So, man liegt. Kilo. Mülleister! Und die Nummer 14, Windschau. Battaglia! 用 die Nummer 7, dieomma! Die Nummer 7, wird kommen Boruck. petit chrcup. Die Nummer 7, mal ganz Kammelschlag. gut-wut als die bleiben wir arbeiten. in der Nummer 8 wird Dino. und die Nummer 8, wird tragen Daniel? mh, der Italiens Christian! Battaglia! Und für das Tor, Christian, der Bulle, beruflich wie privat. Ekelig Gott ist ganz hoch frei wie auf der Sonntagnachmittag. Juhu! Ab geht's! Entschuldigung! Baut euch von der Klasse! Du stehst schon direkt vor der Linz! Ich meine Leute, ja, natürlich. Ich will mal ein Fußballspiel singen! Ich will mal auf, Kollege. Hast du überhaupt eine Tribüne gehabt? Nö. Irgendwo nicht, ja. Komm, komm ins Auto, sitz dich rein! Sitz dich rein, ich will spielen! Fussi! Da ist der Fussi! Mensch, wir den Ballfuss! Nun kommt jetzt noch eine Minute, das Spiel, der Prinz! Mensch, da! Mensch, da! Mensch, da! Schwimmense! Nicht Schwimmense! Schwimmense! Ich will kein Wasser! Und der Gefühl ist kalt! Kollege, Kollege! Ich mache mal auf! Du bist hier geduldet! Sollst du, siehst du da, ne? Aber der Müller! Ach, der hat ihn! Ach, der Alkohol! Das ist ab, Polskerle! Der Hände, der räumt ab! Der bringt nichts! Ah, der spielt links, der spielt rechts, der spielt super! Spiel den Crack! Spiel! Ja! Schweizer! Lauf! Nicht erlaufen! Lauf! Schweizer! Lauf! 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 Ich will kein Bandi wer, dass der Kerl jetzt sollten aufsauen! Das gibts doch nicht! Was macht ihr denn, der Schweizer?! Ja, wir, ich drehe ein Länderspiel, ne? Hast du da eine Nationalhymne gehört? Ja, nein, eine Nationalhymne! Aber es sollte auch ein Länderspiel sein! Ach, sieh doch immer, du musst weiter sein! Entschuldigung, hallo! Das ist in Ordnung, wir haben das wie eine Garnbühne. Du bist im Alter! Hallo! Hallo! Ich habe uns 10 Prozent gelassen! Ja, 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 ja! Da wäre es ein anderes Rieniger zu sein! Nein, 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 nein! Ich kann es nicht hören, hallo! Tossi! Allein vorbei! Mensch, pass nicht auf nach hinten! Ach, der Toni, klack nicht! Ja, wegkämpft hat er da! Der Toni kämpfe, kein, der hat klack nicht, der Toni! Oh Gott, ich will! Kämpfe! Fertig ist bei uns, Hannes Griechlinge! Der Hanne, wenn der Hanne ohne Zeit goschelt, der wird in dem Stadion bloß ohne kämpft! Das wäre dann mit Mütze! Hallo, ja! Ja, hallo! Echt hallo! Aber hallo! Wie starrt es eigentlich? Wie starrt es eigentlich? Wie starrt es eigentlich? Wie spielet es? Ich spiele drei Mütze! Du fragst mich, wie starrt! Wie starrt es eigentlich? Ich zieh dich dir aus! Wie starrt es eigentlich? Wie starrt es jetzt nicht immer? Hoi! Wie starrt es? Ich schaue ihn doch nicht! Hallo, ja!